Das Leben auf einer Burg Burgen dienten hauptsächlich als Wohnsitz für politische Zwecke und als Haus des Gebets. Die Blütezeit von Burgen war im 11. Jahrhundert, doch schon im 9. und 10. Jahrhundert begannen adlige feste Wohnsitze zu bauen. So gab es im Mittelalter schätzungsweise 20.000 Burgen. Die meisten wurden auf Bergen, Felsversprüngen oder von Seen und Flüssen umgeben gebaut. Dies tat man, um die Burgen vor Angriffen zu schützen. Sie wurden außerdem meist aus Stein errichtet. In diesen Burgen lebten Adlige mit ihren Gehilfen. Befestigte Anlagen zum Schutz vor Feinden sind schon aus der Steinzeit bekannt. Die Vorläufer der mittelalterlichen Burgen waren bei den Kelten, Germanen und Slaven durch Welle, Wassergraben oder Mauerwerk Zufluchtsörter für die Stammesbevölkerung in Kriegszeiten. Wenn wir an Burgen denken, denken wir meist an gewaltige Steinbauten und an Ritter. Doch die eigentlichen Herren der mittelalterlichen Burg waren die Adligen. Sie hatten bestimmte Rechte. Sie mussten zum Beispiel keine Steuern zahlen. Ganz im Gegenteil. Adlige durften sogar Dienste und Abgaben von Bauern einfordern. Außerdem haben sie das Recht auf politische Mitwirkung. Doch es lebten nicht nur die Adligen, sondern auch andere auf einer Burg, wie Knappen, welche den Rittern dienten und später selbst zu welchen wurden. Die Mägde waren für die Tierhaltung und die Lebensmittelversorgung verantwortlich. Knechte, die auf dem Hof lebten, kümmerten sich um alles Mögliche, zum Beispiel die Reinigung oder den Burggarten. Natürlich lebten auch Ritter auf der Burg. Sie mussten kämpfen, verteidigen und treu und gehorsam sein. Auf einer klassischen Burg war sehr viel los. Neben den eben genannten Burgbewohnern konnte man oft auch einen Geistlichen finden. Insgesamt lebten ungefähr 50 bis 100 Menschen, wovon jeder eine feste Aufgabe hatte auf einer Burg. Deshalb musste so eine Burg auch ausreichend groß sein und sollte viele nützliche Gebäudeteile haben. Eine gute Burg hatte Gebäudeteile wie eine Kapelle, ein Verlies, eine Küche, einen Schlafraum, einen Lagerraum, einen Rittersaal und, 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 und. Wir hoffen, euch hat unser kleines Erklärvideo gefallen und ihr konntet etwas lernen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye! Sponsort bei Gucci Flöte! Sponsort bei Gucci Flöte!